So ein bisschen Silikon drauf machen? Ja, Moin. Moin. Also wir sind ja praktisch hier wieder bei der nächsten Folge. Warum eigentlich? Wir hätten das ja auch durchfilmen können, aber wir mussten ja auch mal eine Pause machen. Ja. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Wir sagen jetzt nochmal Moin. Moin. Dichtungsmaterial, da ist mir doch neulich die Tube geplatzt. Und das ist hier auch wieder so ein Fall, dass da einmal nichts rauskommt. Aber die Dichtungsmasse ist gut. Die Dichtungsmasse ist gut, bloß das ist auch sauber ausgedacht eigentlich. Bloß wenn das wirklich tatsächlich länger hier rumoxidiert und du benutzt das mal einen Monat nicht, dann haben wir Verstopfungsmalor hier. Da muss man den erstmal rausholen. Ja, und den könnte man jetzt für eine dickere Dichtung benutzen. Ja. Und hier kommt immer noch nichts. Ist ein Gräuel mit den Dichtungsmassen. Da kommen wir. Mal sehen, wie sich das hier verarbeiten lässt. Ganz dünn. Ich mach meinen Finger nochmal. Ja. Und jetzt wieder verschließen. Da ist noch ein Deckel? Das darf man nicht vergessen. Guck mal, so wieder zudrehen. Ne. So wieder zudrehen. Und den wieder rauf machen. So, haben wir noch ein bisschen Öl für den Wedi. Da haben wir schon was rauf. Schimmelring. Ja. Ne, da brauchst du jetzt noch nichts rauf machen. Weil das Kettenrad dichtet das ab. Hier kommt der Wedi rauf nachher. Ich glaube, die kannst du jetzt noch raufbauen. Ach so. Ach so, das ist groß genug. Ja. Wo ist denn das? Das ist noch da. Da ist ein bisschen, dann kann man noch bewegen. So, ich bin durch. So, und dann können wir ein bisschen Öl drauf machen, ne? Oh, für Ölen bin ich immer gerne zu haben. Ja. Ja. So, und dann kommt das Kettenmutter drauf. Ach, dann wollen wir die Kette gleich mit drauf machen, ne? Das wäre ganz gläubig. Schaffe ich das? Aber jetzt müssen wir die auch noch drehen. Ich müsste da einen Gang reinmachen und den mal drehen, ne? Ja. Oh, die ist so stramm, die Kette, glaube ich, du. Hatten wir die nicht gelöst? Ne, hatten wir nicht. Aber eigentlich muss das so raufgehen. Will ich drehen, sonst ist Bescheid, ne? Ja, dreh mal ruhig. Dreh mal. Das wird nix, so. Nee. Oder so. Ne, das geht nicht, ne? Warte mal. So. Und dann machen wir gleich das Rad. Einmal lose und dann machen wir wieder da rauf. Na? Jo. Das muss gerne immer ein bisschen trocken sein. Wenn man das auch mit Bremsreiniger sauber gemacht hat, ist das besser, wenn man das ganz trocken hat und dann Sicherungsmittel drauf macht. Kannst du mal die Welle drehen? Ach, ne, geht jetzt nicht, wa? So. Ach so, die Scheibe können wir ja trotzdem mit drauf machen, ne? Ja. Hast du eine Nuss gefunden? Jo. Sauber. Ja, eine mehr, ne? Mhm. Gut. Das sollte halten. Sollen wir hier dann einmal gleich das Kettenschluss aufmachen und dann... Ja, oder wir drehen das Rad und dann... Ja, können wir auch. Geht auch. Wenn's denn geht. Jetzt muss ich erst mal den Auspuff wieder ranbauen. Ähm, können wir diese Seite sonst erst... Kann ich hier ein bisschen weitermachen? Ja. Können wir den einmal zusammen drauf schieben? Und drauf. Ja, mach so. Ich auch. Ja. Ja, gut. Ja, wie wir hier die Kupplungsfeder spannen, das wird ja auch noch ein bisschen abenteuerlich, weil wir kein Spezialwerkzeug haben. Da gibt's bestimmt ein Spezialwerkzeug hier und wir müssen diese Feder hier, die ist ja gruselig, die ist hier drin und die müssen wir dann zusammendrücken. Der muss man hier so und das müssen wir hier zusammendrücken. Ja. So, dann kann ich auch rüber, glaube ich. Kann's rüber gehen erst mal. Machst du denn hier auch mit Sicherung oder... Ich hab den, können wir doch benutzen. Oh ja, gut. Den haust du wieder um, ne? Ja. Gut. Das wird genügend. Noch einmal. Der ist... Das kann da, der zweite Ring. Das muss man rückseln. Wenn ich mit anfassen soll, sagst Bescheid, ne? Du könntest mal hier diese Mutter und die Schraube von hinten... Von hinten? Ja. So, ich halte immer so fest. Ja, heb mal ein bisschen höher. Jo. Ja, gut. Danke. So, fest. Ja, kannst du mal die Bremse drücken vorne, äh, hinten am Hintergrund. Ein so'n... Nur, dass das... Ach so, hier. Ich möchte hier sonst nicht reinkriegen. Ja, danke. Gut? Jo. Das war einfach. Das war einfach, ne? Ja. Ja, meine Seite ist fertig. Bis auf, dass die Kette noch nicht drauf ist. Also ist sie ja noch nicht fertig. Schon gezichert? Jo. So, jetzt kommt hier was Schlimmes, ne? Die müssen alle ganz rein hier, die Dinge. Ach so. Ach so. Andi, viel schlimmer, wie das, was wir alles schon hatten. Meinst du nicht? Man soll das gar nicht für schlimm befinden und einfach machen. So, mach einfach ran da. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Aber ich glaub nicht, dass du das rangedrückt hiffst, ne? Hast du die mit Mutter in der Hand? Ja. Ich glaub auch nicht. Soll ich mal im Buch gucken, wie was aussieht? Guck mal rein. Die ist aber auch stramm, ne? Na, da sitzt ja auch Knüff drin, ne? Mhm. Da. Ach, dann nehmen die das nur auseinander. Was ist das denn da? Die Feder ist schon entspannt. Die haben hier so einen entspannten Teil. Guck mal. Ach, das ist doch vorne. Das ist ein Anfahrtdämpfer. Das ist für vorne. Da haben sie eiskalt. Du, die haben das weggelassen. Die wissen warum. Die haben uns hier im Regen stehen lassen, ne? Die haben das eiskalt weggelassen. Das ist ganz schön dick, das Buch, ne? Jetzt sind wir schon beim Luftfilter. Schön, Kerze. Wir brauchen nur was, was wir hier rüberschieben können. Hier kann eine Mutter rauf. Und dann können wir hier drücken. Eigentlich brauchen wir nur ein Stück Blech mit dem Loch. Ein Flachreisen. Ja. Hast du noch Reserven? Ja. Ich kann bis 34 oder 36 erbohren. Da müssen wir auch ein anderes Eisen nehmen. Ja. So, dann versuch mal dein Glück. Jetzt kommt die Jörg-Kopplungsspannung. Meine Befürchtung ist ja jetzt, wenn du das drückst, dass du das nicht gerade so drückst, sondern du drückst das schräge. Gucken wir mal. Ja. Ja. So, jetzt muss ich hier mal ein Stück Holz haben. Das ist ein bisschen dicke. Warte mal, ich hole was anderes. Ich kann da nicht so eine Nuss hin? Ja, die ist zu dick. Dann drücken wir das schräge. Vielleicht dachte ich. Nimm mal bitte das Haltesprofil. Ja, habe ich. Warte mal, das können wir auch anders machen, Andi. Wir machen hier die Nuss rein. Hast du noch eine Nuss? Haben wir was, was wir hier hinterschmeißen können? Wieso brauchst du nur ein paar Muttern hinterlegen? Ich wollte jetzt das hier hinlegen. Ach so. Ja. So, hier ist er drin, in der Feder. So. Der muss ein bisschen dicker sein. Dann können wir doch das Holz nehmen. Oder hast du da noch was? Dann kriegen wir die Sprung. Nee, dann nimm doch die Nuss einmal. Vielleicht wird die hier doch eine ganze Ecke, ne? Ja. So. Aber jetzt muss das auch noch passen. Weißt du? Ja. Lass nochmal locker. Ich muss mich ein bisschen drehen. So jetzt. Das ist ja mal wieder Wahnsinn. Und jetzt müssen wir das gleich nochmal machen, oder? Weil die unten noch nicht dran sind. Ach so, da kann ich da nochmal ein bisschen drücken. So. Ja. Weiter? Ah, hier kann ich erstmal. Die ist noch nicht richtig drauf. Die muss dann bloß nicht jetzt... Wie weit waren die denn drauf eigentlich? Weißt du das noch? Oder waren die... Einmal durch noch. Waren die ganz fest? Ja. Okay. Zieh doch schon mal gegen. Mit der Elbe, glaube ich. Da ist die da. Kannst du noch? Ja, wenn wir zwei dran haben und sie gegenüber, dann ist das gut. Gut. Machen wir die da oben auch einmal? Gut, ist denn noch eine Mutter brauche ich noch. Die wollen wir gleich finden, hoffe ich. Gut, ne? Ja. Saugeile, eine saugeile Erfindung. Premier Kettenspanne. Da hatten wir so viel Angst vor, ne? Da hatten wir auch Angst vor, du. Kriegen wir den jetzt noch gut rein, ja, ne? Ja. Oder hätte man den vorher da hinbauen müssen? Das bitte nicht. Nö, eigentlich muss das gehen. Der muss jetzt. Der hat ja so eine Vorspannung, ne? Ja, aber so viel ist das ja auch nicht. Ne, du drückst sie nachher ja mit der Schraube nach oben. So, drück mal. Raufdrücken? Ja, warte mal, noch nicht. Das muss ich einfach... So, jetzt, ja. Warte, ich mach mal mit. Machen wir ein bisschen her. Hängt der... Ist er frei, da? So. So. Und da hatten wir so eine Angst vor, ne? Das ist aber auch nicht so schlimm, ne? Ich habe immer Angst vor so Federn. Ja, dass die so... Ja. Einmal in der ganzen Runde, ne? Hier sind wieder die schicke, kleine Anbauteile. Das wären die Embleme hier für den Tank. Ironhead Sports Girl. Und jetzt hier der Starterknopf. So. Ist der Gang drin, ne? Äh... Nicht das... Ähm... Doch, da ist ein Gang drin. Ja? Weil ich habe doch an der Welle gedreht. Dann dreht sich gleich die Kette nicht. Äh... Das sollten wir... Ähm... Lieber nicht machen. Wie kriegen wir denn jetzt immer einen Leerlauf zu fassen? So, und dann... So, jetzt müsste der Leerlauf drin sein. Leerlauf? Bis jetzt hat er noch nichts gehört. Jetzt funktioniert das. Geil, ne? Ja. Arbeitet. Mensch, Jörg, dann haben wir das zusammenbauen jetzt. Ne? Dass ich das noch erleben darf. Obwohl das ja nicht, keine Bremse ist, aber... Macht jetzt nichts, ne? Der reinigt alles. Muss auch nicht Kupplungsdeckelreiniger haben. Ding. Können wir ja aufschreiben mit dem Edding. Ey! War da ein Loch drin? Ja. Ist schön viel Druck, das Ding. Das ist wie Hochdruckreinigung hier. Das ist wie Hochdruckreiniger. Das ist wie Hochdruckreiniger. Auswischen. Und passt wie original. So, dann kann ich ja den Kupplungsdeckel jetzt eigentlich wieder herauffflanzen, ne? Ja. Und ich bin schon beim Vergaserdeckel drauf. Der ist auch schon wieder. Soll ich dir helfen? Der kommt da hin, der kommt da hin. Ja, kannst du mal zugucken. Kannst du mal zugucken? Die Schaltung muss da rein. Warte mal. Ist das die Kettenspanne, die jetzt stört? Ne, ne? Ne, eigentlich nicht. So. So, die Mutter noch. Fährt sie in den Nuss oder geht das damit? Geht. Passt, ne? Jo. So. Und da können wir auch gleich beim TÜV mal vorbeischauen. Ja. Das sollte kein Problem sein. Ne, geht doch alles nicht. Ja, eben. Die Gänge gehen jetzt vielleicht auch wieder. Hoffentlich gehen die Gänge und hoffentlich geht das nicht wieder kaputt. So. Auch fest. Der muss ein bisschen hier oben hin. So. Ja, wir kommen nur nicht, dass wir dagegen kommen, ne? Ne. Das geht, glaube ich. Guck mal, mit dem Fuß da unten. Der kann einen zahlen muss der Höhe. Darin haust du beim Schalten. Das hattest du bei der letzten Probefahrt, war das so, ne? Ja. Hast du gesagt, dass er nicht ganz... Das ist so hoch, ne? Mal gucken. Aber das ist ganz schön hoch, ne? Ja, aber das... Lass mal so. Ich glaube, das ist richtig. Also ölige Finger sind nicht immer gut, ne? Ne, selten. Darf ich dir was helfen? Ne, geht. Da machen wir nachher beim Original zusammenbauen, mal überlegen uns hier noch was, ne? Ja. Ja, wir müssen das richtige Kettenschluss dafür finden. Gott. So. Ah, die Kohlestifte haben wir noch. Oh, das machen wir später mal. Das machen wir später, ja. Das soll nicht so gesund sein. Das heißt, das ist zu spät jetzt. Dann wische ich das schnell wieder ab. Den Tank rauf und dann... Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir mal ein richtiges aus der Grünflasche mal einnehmen? Wenn die läuft und alles heil ist, ja. Ein Erfolgsbier. So lange? Gut, dann machen wir das. Karolage machen wir uns öfter hier. So, ich bin hier drin. Friedschlauch. Ja, hast du drüben auch schon drin? Entschuldigung. So, jetzt muss hier noch, da noch ein Loch rein. Sollen wir das jetzt machen? Dann müsste ja normal eine kleine Öse drin reingebaut werden, oder? Ach so, du willst ja den Dings da rein. Und die kommt dann hier so rauf, die Scheibe? Ja. Und da kommt die Schraube dann rein. Damit das... Ja. Machst du einfach nur so ein... Ja, mach mal mit. Mach du mal. Nimm du mal. Ja, ich nimm. Wenn das Anneliese sieht. Na, wie macht ihr das denn? Die schöne Sitzbank. Schimpfen tut sie nicht. Dann müssen wir aber noch bisschen was... Die lang genug ist, ne? Rundherum wegschneiden, oder? Ja. Das könne gehen. So. So. Wird immer besser, ne? Mhm. Passt die bei dir da rüben rein? Hier drück ich. Ja, hier ist sie drin, aber... Muss noch ein bisschen hin, ne? Die muss ein Stück weiter nach hinten noch. Noch ein Stück. So, jetzt. Geil. Ganz schön fest. Vielleicht mach ich da noch eine andere Schraube hin. Da bleibst du immer hängen. Wenn du nach vorne rutschst beim Bremsen. Mhm. Darfst du das nicht. So, raus mit dem Ofen. Oder mal anlaufen. Mal einmal laufen lassen jetzt. Mhm. Ja, mal kurz gucken. Ich glaub, das ist gar kein Spritvergaser. Der leckt gar nicht mehr. Nee? Nee. Komm bestimmt, weil da eine neue Dichtung drin ist. Was sagt der Sprit? Da ist Sprit drin. Da ist Sprit drin. Ja. Den müssen wir auch noch eindichten. Aber das machen wir dann, wenn der Tag lackiert ist. Das ist nicht so warm, man. Ich muss den Kruch mal bewegen. Das ist gut. Boah, das ist gut da. Hey! 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 Sieg da schon! Sieg da schon! Yes! Daher, ne? Da! Sieg gar nicht weiter runter! Haben Sie nicht weiter runter? Du sollst so leid, Jess! Den klingt doch! Ich kenne da nicht weiter runter! Ich kann gar nicht weiter runter! Du sollst so leid jetzt! Wir müssen weiter runter! Guck mal, wie schön langsam hier jetzt läuft, ne? Herrlich. Komm, wir trinken. Darauf nehmen wir ein. Eins, zwei, drei! Drei-Jährige. Prost! Boah, die läuft jetzt lauter hier. Die quälen sich doch nicht so hoch. Was? Die quälen sich doch nicht so hoch. Boah, Wahnsinn. Wollt ihr nur mal gucken, wo sie hin kann? Muss sie ja gar nicht, ne? Nö. Wir müssen jetzt nochmal den Polo Gadget mal einstellen. Ja. Das machen wir aber jetzt nicht, ne? Nö. Sollen wir die rausnehmen? Ja. Ist das trocken? Gut. Der erste geht ja schon mal rein, ne? Ja. Aber die Kuppel fliegt so ein bisschen. Also, der ist zum letzten Punkt nicht. Ja, es kann aber auch sein, dass die ein bisschen voll laufen muss mit Öl oder so, ne? Ich weiß nicht, hat die das vorher auch gemacht? Ne, war vorher besser. Ja. Ja. Dann können wir noch einstellen. Ja. Dann fahren wir los. Theo. Hammer hart. Richtig schön. Da bin ich ja gespannt, ob er jetzt gleich sagt. Die läuft gut. Dritter Gang ging ja auch. Beim vierten konnten wir nicht zuhören. Ihr hört sie jetzt nicht. Wir haben hier heute ein bisschen mehr Wind. Beim letzten Mal war einfach weniger Wind. Da höhlt man sie durch den ganzen Wald. Das war richtig ... Der Wind trägt schnell Schall weg. Da kommt der. Ja. Pasti geil. Das sieht gut aus. Wow. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Das ist der Hammer, das ist wirklich der Hammer. Man kann gar nicht so viel Gas geben, man gibt echt nur ganz wenig Gas und die zieht ab wie die Hölle. Also bei diesem Wetter, man kann einfach nicht Vollgas geben, man muss erst mal uns dran gewöhnen. Aber sie macht einen Heidenspaß. Sie macht wirklich einen Heidenspaß. Das ist ein Heidenspaß. Ja. Ja. Nicht mehr so ruckelig, aber laufen tut sich eigentlich so geil, oder? Das haben wir doch richtig geil hingekriegt. Ja, da geht's. Boah, die läuft echt klappig. Die läuft echt schön. Ja, ich fahre noch mal. Das hört sich so peerig an. Boah, geil. Ich will auch noch mal. Einmal will ich noch. Hammer noch mal. Und dann geht's. Das ist ja mit der Kupplung, ne? Oh, geil ist das. War ja nur angeheftet. Jedes Mal haben wir zart. So. Oh, super, ne? Kannst du anfangen? Ja. Ja, man kann sagen, das war ein erfolgreicher Schraub. Das war so geil. Oh, das war richtig geil. Ich bin so happy, dass die wieder läuft. Ich auch. Wirklich geil. Aber so noch kleine Verbesserungen. Ja. Aber so, ganz im Groben ist das schon super geil. Super, die schaltet jetzt schön. Ja. Ich hatte das letzte, wie sie ausgefallen ist, doch die Prido. War nicht gut. Das ist so schön. Jetzt sind wir wieder glücklich. Aber ich habe noch nicht einmal Vollgas gegeben. Nee, das kannst du ja auch nicht. Kannst du ja nicht. Ich habe ein bisschen mehr gerade eben, aber das ist ja, da muss die Strecke erst ein bisschen abtropfen. Aber es macht Laune, oder? Ja. Ja, wir sagen Tschüss. Tschüss. Lass mal schöne Kommentare da. Glocke drücken und abonnieren nicht vergessen. Und hoffentlich seid ihr genauso glücklich wie wir, dass sie wieder läuft. Ich glaube, sie sind auch glücklich. Also, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020